So, und Friedung 1, Episode 4, Level 2. Okay. So. Was? Ah, leh. Uga, wir sind hier früher. Meine Güte. Wow, schießt doch mal. Hä, hä. So. Sie hat eine Pistole. Habe ich genau gesehen. Ich höre immer noch welche. Also, es ist hier noch nicht vorbei. Habe ich überhaupt meine Kopfhörer richtig rum? Ja. Nicht, dass ich hier links rechts höre und rechts links höre. Das ist ein bisschen brutalisiert. Lass mal speichern. Erste Welle haben wir ja grad Dios überstanden. Digga. 440 Gegner wollte mich verarschen. Ah, komm, Rutsch. Oh Mann. Dass die, dass die immer so, so, so zigzag laufen müssen. Ja, kannst du die überhaupt nicht analysieren. Das war strategisch sinnvoll, aber nicht mit. Was? Vollidiot. Mach doch noch Geräusche, ja. Das mit, äh, mit diesen Kampfschreien ist natürlich strategisch nicht mehr sinnvoll, ne? Ich glaube, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Oh, oh, oh. Äh, diskutieren. Okay. Okay. Ich merke schon, die Map wird spaßig. Was? Achso. Nein, you will die. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, mal hier ein bisschen Munitionverbrauch verteilen. So, jetzt sind wir hier runter. Na komm. Ach, der hat sich irgendwie deaktiviert, oder was? Oder wer, oder wie, oder wo? Display. Options. La, 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 la. Sorry, Bordway, etc. La, 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 la. Frieden, Wurzeln, Flick. Das soll, die E-Werkes raus. Okay. Tick, 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 Tick. Number of articles. Number of articles. Number of articles. Schau, clip. Teleporter. Blablabla. Blablabla. Okay. Software. Kommt eigentlich überhaupt noch irgendwas? Ich nehme mal ganz kurz was auf. Ne, da kommt gar keine Nachricht mehr. Okay. Interessant. Ich verstehe. Gut. Dann kann das natürlich auch hier zusammenhängen. Default. Process. Process. Sprite. Magic. Use out. Chines. Scaling. Alternative. Magic. Ah, wow. Warum ist das jetzt aus? Verstehe ich nicht. So, jetzt müsste es funktionieren, oder? Jawoll. Geht doch. Warum fand das aus? Ah, verstehe ich nicht. Digga, was ist denn Escho hier? Klickt er hier wie im Freibad? Gott, so viele Türen. Außenweise Boni. Also hier sind zwei Türen. Da hinten war auch nochmal eine Tür. Die Frage ist, welche Tür würdest du zuerst? Ich würde mal auf Paut, auf Plauts, auf, ist ja auch egal sagen. Oh, hier gibt's. Achso. Exit. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal, äh, um es ein bisschen linear zu halten. Wird ich jetzt einfach mal vermuten, wir gehen erstmal hier lang. Äh, hier sind auch noch zwei Türen. Danke. Gibt es eigentlich Secrets? Oh, acht Stück. Alter. Wollt ihr mich verarschen? Gut. Mehr gibt's hier erstmal nicht. Hier geht's nicht lang. Aha, verstehe. Äh, ach, hab ich gerade jemand gemerkt? Schön so. Na gut. Na gut. Fuck. Ohohoho. Du wirst nix doch. Ha. Ich bin doch nicht, blöd. Auch wenn ich so aussehe. Ich bin doch nicht blöd, auch wenn ich so aussehe. Hier geht der mal durch. Was? Hä, wie ist das Türkant aufgegangen? Hä? Ah, schon wieder viele Funktionen der Tür. Ach, leck mich doch. Wow. Ey, von hier kann man die echt gut abschießen. Ha! Wow. Vor allem die Feuerwelle von den Impft dürften hier nicht durchkommen. Aber wobei, wer weiß. Das Spiel und Fairness ist ja nicht gerade so ein-der-nah-und-so, ne? Doch mal hier. Wow. Ich will raus. Oh mein Gott. Na, komm her. So. Wir haben stolze 10% geschafft, ungefähr. Wow. Ich bin stolz. Was machen wir die hier? Ja, komm nur her. Zum Dain. Junge, wenn du sterben willst, einfach Bescheid sagen. Ich komm vorbei und mach Dünnertal aus dir. Alter, was hat das denn jetzt gerade? Vollidiot. Oh nein. Hä? Hallo, ich bin draußen. Gott, so viele Türen schon wieder. Ich geh jetzt mal da lang. Hier ist aber noch eine Tür. Oh Mann. Die, 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 die sind jetzt schon wieder so riesig scheiße, äh, so scheiße riesig. So rum. Das war grad echt unvorsichtig von mir hier, aber gut. Ja, ha, ach du scheiße, überlebt. Ähm, apropos überleben. Wie wär's mit überleben? Wow, Paketraum. Komm, so scheiße dunkel hier. Ich hätt' mir vor, wie wird das hier wieder mit dem vor dem Spielen, ne? Das ist überhaupt nichts. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Noch ein Kettensäger. Wow. Bruder. Na komm her. Was? Ach, leg mich doch. Und noch die Tür. Ja, hier geht's hier durch. Oh, hier geht's ja durch. Oh, lol. Äh. Oh Gott. Boah, Alter. Dwayne Fakir. Okay, Raketen haben wir schon. Rüststück nehme ich mal noch nicht mit. Gibt's noch irgendwas? Nee, ne? Okay. Wo sind wir überhaupt? Da sind wir. Wir müssen da lang. Oh Mann, Kieber liegt hier. Äh. Kommen wir nicht durch? Hier kommen wir durch. Ja, komm her. Wir müssen da mal stehen bleiben. Boah. Finde ich nicht gut. Oh 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 oh. Oh 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 oh. boah alter danke ich extra schön nach ran um keine munition zu verschwinden denn schließlich doch wieder fünfmal dagegen äh daneben aha munition sehr schön guckt euch mal wie dunkel das hier ist wenn ich mal bedenke dass diese web hier eigentlich vanilla kompatibel ist und ist in vanillatum keine flash light gibt es dann graust es mir da sträubt sich mit die gülle aha okay hier ist nichts scheitert hey geht um oh wow was i hate los sowas müssen wir da rüber bitte keine falle natürlich ne falle was denn sonst wo sind wir jetzt oh alter wo sind wir denn jetzt ach am anfang okay okay ganz an die anfang interessant ein teleporter okay was sollte ich ein teleporter benutzen was ne kein teleporter wow ach so ich muss hier sowieso rein ist ja nicht nicht auch wieder bei auch auch also auch 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 Da ist ein Keycard. Danke. Wofür bist du? Was hat es jetzt hier gerade geöffnet? Ich habe gerade von hier Geräusche gehört, aber die Geräusche klang doch näher als sie eigentlich waren. Was hat sich denn jetzt hier gerade geöffnet? Na komm. Hmm. Seltsam, seltsam. Oder die Geräusche klang doch näher als sie eigentlich waren. Kann natürlich alles sein. So, wir haben... Wow. Knapp ein Viertel. Diese Map wird schon wieder scheiße lang. Ähm, wir sind zwar wieder hier, ne? Ja... Hier ist noch alles beim Alten. Okay. Dann gehen wir nochmal hier rein. Denn wir waren noch nicht überall, oder? Genau, hinten bei der Tür waren wir noch nicht. Achso. Kommt man noch gar nicht rein? Na gut. Äh... Da war noch Tür. Wow. Alter. Was, was, was? Wo denn? Pinkies? Oh, Alter. Oh, Alter. Ernsthaft jetzt hier? Oh, Alter. War auch genau das, was ich wollte. Echt jetzt, ernsthaft. Ja. Okay, ich denke... Ich bin... scrambled nicht. What if... Und jetzt ? Ich fange Judith an. Ah, hier gab es nur ein bisschen was. Bewandtes Health Pack, das war, müsste in dem großen Raum gewesen sein, oder? Wow, kommt da gar nicht hoch. Äh, muss ich hier rein? Nein. Dann gehst du jetzt weiter. Na gut, wir gehen erstmal hier lang. So, und guck mal was. Hier so kommt. Ich will nicht speichern, ich will nicht mit dem ein bisschen... Halt auf. Oh Gott. Oh. Klar, schon wieder die Waffe von der Tür verschluckt. Oh, Mann. Oh, Cio. Oh, Gott. Oh, Gott. Er kommt doch. Und ich ganz weischt. Oh. Oh, Mann. Oh, Gott. Wow. Ist teilweise sehr offensichtlich. Oh Gott. Das ist gelb. Das hält Pax. Wenn wir es besser überleben. Ich höre offen dass es ein Röder sei. Ich höre offen. Ich höre offen offen. Das ist ein Röder. Lach ich doch. Danke, danke. Okay, hier waren wir bereits. Gut, da geht's erstmal rum. Wow. Hallo? Na, will der? Dankeschön, da ist ein Schalter. Ah, super, dann lass hier bestimmt wieder alles fallen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich hasse sowas. Gut, es gibt hier relativ viel Shotgun. Ich werde mir also erstmal zu meiner Shotgun wechseln. Leider habe ich nur die eine Shotgun. Ich hätte gerne noch ein bisschen, weiß nicht, sowas wie, ja, Super Shotgun, Auto Shotgun, irgendwo mal was Sinnvolles. Oh Gott. Was? Oh, Alter wurde was? Nein, 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 nein. Oh, der geht alles runter. Äh, was? Oh Gott. Wir sind gefickt. Wir sind gefickt. Gut. Ich ruhe mir sehr schön zu. Okay, wir sind am Arsch. Wir sind richtig am Arsch. Wir sind sowas von am Arsch. Ich hätte mir doch erst die Rüstung holen sollen, bevor wir hier... Ja, jetzt konnte man auch nicht ahnen, dass hier alles runtergeht gleich. Gott, ich dachte, wir könnten hier so schön als, ich sag schon, Schutzschild benutzen quasi. Ah. Aber, jetzt hab ich... Oh, Mann, ey. Wow, wegen einem Ding hab ich das hier seit ganzem Bundesweh aufgesammelt. Wollt ihr mich verarschen? Vollpfosten. Ah, ist das, bin er. So, ich weiter versuchen. Jetzt warte, hier, komm. Oh, fuck. Einen nehmen nur noch. Wir tun. Alter, wir haben es mit zwölf Leben geschafft. Wollt ihr mich? Ihr wollt mich ruinieren? Ich hab mir die Hose gemacht. So, sollen wir es echt speichern oder so? Oder was? Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Das wird mal getroffen. Oh, Gott. So, erstmal hier nachladen. Äh, haben wir alle Waffen hier ordentlich? Ja, sieht gut aus. Ah, ja. Na gut. Ah, genau. So, jetzt haben wir den roten Schlüssel und den gelben Schlüssel. Hä? Wobei, ich weiß, wer hat die gelben Schlüssel doch bereits, oder? Egal. Ist mir eigentlich egal jetzt hier. Ah, schön wieder. Also, Key im Sinne von Taste, nicht Schlüssel. Alter, meine Haut, ey. Das ist nämlich schon so eine Schlange, die sich heute hat. Wow, dies war keine Falle. Yay. Obwohl, vielleicht kommt die noch. So, jetzt brauchen wir natürlich wieder Blau. Oh Gott. Ähm, war ich hier schon drinnen? Ja, doch, das war der Raum, genau. Was war hier nochmal? Hier war auch Blau. Da hinten ist Rot. Ansonsten... Ja, da hinten ist nur Rot, da. Also, muss man das Ganze nicht wieder zurück. Ne, hä? Aber das Denken kann man doch gar nicht hoch. Oder ist jetzt mittlerweile offen? Nein, das sind wir noch oben. Verarschen. Verarschen konnte ich mich selber. Gibt's hier Schalter. Ach ja. Ah. 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 Oh Gott. War das schlau? Ja? War das schlau? Ja? War das schlau? War das schlau? Oh Gott. Hey, sie hat jetzt sieh mich selber. Wow. Halt da, diese rote Flackerscreen hier. Fuck. Oh. Oh. Toilet. Oh. Wack. Oh. Oh, oh. Gut, wir hätten uns jetzt auch verstecken können, aber okay. So was wird mir leider immer ja zu spät. Gibt es hier noch ein bisschen Hilfe oder so? Aha. Danke. Ähm, ja. Gut, genau, hier ist er rot. Wir haben noch mehr als gleich wieder Gegner vor uns. Und sie sind jetzt schon quasi tot. Das ist doch schon wieder Trauerspiele. Dunkel ist es auch schon wieder. Oh Mann, Alter. Ich hasse so eine Räume. Oh Gott. Ja klar, wir sind tot. Wir sind so was von tot. Ah, meh, meh, meh. Tschüss. Äh, kommen wir jetzt wieder rein? Nee, ne? Mal... Dachte ich bereits, dass ich solche Räume hasse? Ja. Jega. Wow. Wird ja immer mehr hier, was wir in dem Leben haben. Oh, hier geht's nicht durch, okay. Oh Mann, Alter. Oh Gott, ich ahne Übel ist. Wer hat dieses Hakenkreuz? Dingsherum, der hier fährt gleich runter, sobald wir den Schalter drücken. Ich hab' keinen Bock mehr. Ich hab' sowas von kein Bock mehr. Also, ich hab' das hier. Ich hab' das zu. Ich hab' shoulder hier. Oh Mann! 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 Das ist ja nicht. Wie wär's denn mit Health Packs? Ihr Kleinen. Wie sagt man? Äh, egal. Oh nein, warum? Alter, wo ist denn hier? Ja, genau. Danke dafür. Wow. Health Packs? Nein, natürlich nicht. Äh, Mann, Alter, wir müssen noch 6 Sequels finden. Und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. So, was haben wir jetzt bekommen? Haben wir jetzt überhaupt überhaupt nichts bekommen? Ne, wir haben keinen Schlüssel bekommen, wir haben nichts bekommen, wir haben gar nichts bekommen. Wir brauchen aber irgendwie, wir brauchen noch Schlüssel. Hat sich da jetzt hier gelauert oder so? Danke. Wer ist jetzt hier gelandet? Ne, hier wollte ich gar nicht hin. Da hinten wollte ich hin. Da. Ah! Was? Wo der? Oh, Alter! Junge! Wo kommt der denn jetzt her? Ich dachte, ich hätte mich jetzt ausgedrückt. Kein geballert zur Mittagsstunde. Das waren klar definierte Worte. Ah! Dankeschön. Da komm jetzt. So. Dann gehen wir mal da unten hin. Was nochmal da ist. Das ist das Ende. Lull. Das heißt also, das gesamte blaue Komplex ist komplett für Secret. Wollen wir das uns holen? Das Secret. Also die Secrets sind ja scheinbar viele, mehrere. Ne. Ihr könnt mir jetzt noch nach Backpacks, nein hier, Healthpacks ausschauen. Und das war es dann aber auch. Ich meine, interessiert mich zwar schon, aber wir müssen jetzt mal den blauen Schlüssel finden. Vor allem auch da raus. Ah komm, ich guck mal kurz. Vielleicht finden wir doch noch was sinnvolles. Der Schalter hat mal gedrückt. Genau. Ja, hier bräuchte ich den blauen Schlüssel. Das macht natürlich Sinn. Hier waren wir auch schon komplett. Oh Gott. Das wird ich weiß. Wo kriegt man hier eine blaue Schlüssel her? Hier drin waren wir hier schon? Nein. Kommt man da irgendwie rein? Ist wirklich ein Schalter oder sowas? Nein. Hier war aber auch nichts, oder? Was? Was hat denn jetzt... Ah! Rette mich! Danke. Danke. Hast du fein gemacht. Tiefenkeks. Oh! Raketen! Oh! Rüstung! Nervant! Woah! Where are you? Oh! How are you? Oh, lasse big big things get into you. Was? Oh! Oh, was? Unlocking beim Jungs! Jungs, den try! Like... Ah, komm, wir melden jetzt hier die ganze Scheißseite und dann verpisse ich mich. Ich meine, es wäre zwar schön, wenn wir hier noch ein bisschen die Blau-Schlüssel gefunden hätten, aber irgendwie, keine Ahnung, wo wir suchen, wo wir suchen müssen, nach was wir suchen müssen und überhaupt. So, letztens haben wir jetzt die roten Typen da befreit, also für unseren Mitstreiter in Sachen Steuereintreibung, von daher, hier lang. Sollte das erstmal reichen. Ah, hier ist noch ein Schalter, Gott, stimmt, hier habe ich ja noch gar nicht richtig nachgeguckt. Oh Gott, war das klar, klar, war das klar, klar, wir haben die Schlussbühr. Sag mal, wo bist du denn schon wieder hier? Hallo? Auch wieder blauer Schlüssel. Kriegt mir also auch wieder nichts. Wow, okay. Hä, war das auch geklärt? Ach, genau, hier war das mit der Rüstung. Ja, genau. Okay. Ich wollte es sagen, hier war doch noch irgendwo anders in der Rüstung. Alter, Hilfe, wo bin ich jetzt hier? Bitte melden. Was war da nochmal? Ach, der Rom. Gab es hier noch was unibäßiges oder sowas? Ne, ne? Ne. Weiß nicht, man könnte mal hier zum Beispiel mal eine blaue Rüstung platzieren, zum Beispiel, so ganz unauffällig. Ah, komm, wir gehen ins Ziel. Wir müssen hier zukünterbunt. Äh, wo jetzt? Da, 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 da. Und verlaufen. Da lang. Genau. Das noch müssen leben. Nichts hier lang. Ach so, es war der Rom. Und ich sei der zum Ziel. Ach da. So haben wir alles. Ja, das geht gut aus. Okay. Okay. Schau mit vor.